Wie viele Typen strampeln sich da draußen ab in ihrer Business-Welt oder in der sportlichen Welt? Weil ja, es geht natürlich darum, dass ich eine tolle Firma aufbaue und weil ich einen tollen Körper habe, damit ich gut. Und aber eigentlich, wenn du reingucken würdest, geht es nur darum, weil mich das attraktiver für Frauen macht, weil mich das attraktiver für Frauen macht. Warum ist denn Sex so wichtig für uns Männer? Warum sind wir irgendwie so gepolt, dass wir doppelt so oft an Sex tagsüber denken, wie die Frauen das denken? Sehr schön, das ist eine tolle Frage. Also die einfache Antwort wäre, weil wir es halt machen, wir finden es halt geil. Aber wenn man jetzt mal wirklich sagt, hey, ich möchte mal mehr ein Verständnis dafür haben, dann geht es halt einfach tief in die Biologie rein. Wir Männer sind im Prinzip nichts anderes als Samenproduktionsmaschinen. Wir produzieren Samen. Also während du als Mann uns gerade zuhörst, kannst du sicher sein, da werden gerade tausende von Samen in deinen Hoden produziert. Wir sind sozusagen das Maschinengewehr. Wir sind wirklich das Maschinengewehr, was so einfach genisch spreaden will, raus in die Welt. Und Frauen auf der anderen Seite, die haben einen gewissen Stock, die haben eine gewisse Anzahl an Eiern. Und auch nur pro Monat gibt es ein Ei, das befrucht werden. Das ist so, als hättest du einen Samen, den du rausschießen würdest. Also um dir das mal gegenüberzustellen. Frauen sind sozusagen, wenn du es marktwirtschaftlich betrachten würdest, die haben sozusagen das Angebot. Und das ist sehr klar, die haben nämlich nur wenige Eier und Männer haben einfach eine große Nachfrage. Die können halt rausschießen, rausballern, was das Zeug angeht. Und daraus ergibt sich, wenn du dir einfach vor Augen hältst, in der Biologie geht, also Reproduktion ist ein wichtiger Mechanismus in der Biologie. Aber eigentlich geht es darum, so lange wie möglich eine Art zu erhalten, also auch über mehrere Generationen hinweg. Und da sind einfach wir Männer die, die viel mehr im Zugzwack drin sind, weil wir können rausballern, was das Zeug hält. Und Frauen müssen aufgrund der größeren Gefahr einer Schwangerschaft viel mehr aufpassen, wen die ranlassen. Dementsprechend eine Frau, die genauso gepolt wäre wie wir Männer, und zwar zu Zeiten, wo es keine Verhütungsmittel gab, aber sozusagen so jeden bei drei ohne Anspruchshalten rauf, 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 die würde nicht lange überleben. Das ist ganz einfach. Die haben halt nicht evolutionär überlebt, weil die haben halt mit irgendjemandem sind die in die Kiste geschrieben. Und der Typ, also Männer, wie gesagt, Männer haben nicht große Ansprüche, was Sex angeht. Und das klingt jetzt für einige ein bisschen hohl, ein bisschen platt, aber da steckt schon eine gewisse Wahrheit dahinter. Also gerade gibt es auch Untersuchungen dazu, wenn die Chance auf Sex steht mit einer Frau, weiß man bei Männern, dass auch der Anspruch an der Frau noch mal weiter runterfährt. Also eigentlich war es so im Vorfeld, oh, nette Frau, aber wenn sie dann sozusagen so, hey, du, weißt du, so, ja doch, eigentlich geht das schon. Muss halt ehrlicherweise... Bin ich ganz ehrlich, habe ich auch schon mehr als einmal erlebt. Weil für uns Männer ist sozusagen eine vertane Chance, evolutionär gesprochen, schlecht. Ja, weil für uns ist es halt wichtig, unsere Samen zu spönen. Wir sind Samenproduktionsmaschinen. Jeden Tag raus. Frau einmal im Monat. Und daraus, einfach aus dieser unterschiedlichen Dynamik heraus, und am Ende geht es aber immer noch um die Erhaltung der Ader, also es geht um Reproduktion, ist einfach ganz klar, dass Frauen tendenziell deutlich vorsichtiger sind, mit wem sie sich einlassen. Sie denken nicht so viel über Sex nach, sondern da stehen noch ganz andere Marker viel mehr im Fokus. Also wie gut ist der Typ sozial unterwegs? Wie gut kann der mich versorgen? Natürlich, ja, wir haben vor kurzem noch ein Redpill-Thema gemacht, da haben wir das ja auch drüber gesprochen. Natürlich gibt es die äußerlichen Qualitäten. Wie sexy ist ein Mann? Ganz klar, Frauen werden davon angezogen. Wie maskulin wirkt er von seiner Erscheinung her und so weiter. Aber da gibt es auch noch die ganze soziale Sicherheitsaspekte. Wie gut kann der mich versorgen, wenn ich schwanger werde, wenn ich ein Kind bekomme? Weil das eben für Frauen, die haben das viel größere Investment dazu tragen. Viel, viel, viel größer. Und das, ja, sozusagen, das ist so die Biologie dahinter. Ja, wir Männer produzieren unendlich viel. Wir wollen, wir können, also ein Mann kann ein Problem, muss die gesamte Welt bevölkern. No problem at all. Ja, es ist zeitlich logistisch ein Thema, das ist mir schon klar. Ja, also so viel kann ja jetzt auch nicht kommen, so. Aber tendenziell, wenn du jetzt sagen könntest, wir nehmen ein Ejakulat und teilen die Samen auf und würden sie überall auf eine Eizelle packen. No problem at all. No problem. Aber andersherum, eine Frau könnte nicht die gesamte Welt bevölkern. Das funktioniert ja nicht, weil die hat nur einen Schuss im Monat zur Verfügung. Und auf diesem biologischen Grundmechanismus ist es eben so, dass wir Männer viel häufiger an Sex denken, weil wir wollen Frauen von uns überzeugen. Wir wollen zeigen, wir sind die coolen Typen, wir sind die heißen Typen, damit sie, sie ist sozusagen der Türsteher, wenn es um Sex geht. Frauen sind die Türsteher. Wir sind sozusagen die Tiere, die sozusagen die Faust mit unserem Ball tanzen, die sagen, guck mal hier, ich bin ein toller Mann sozusagen. Und da ist die Dynamik, die Frau weht aus. Und wir sind diejenigen, die zeigen, so guck mal hier, ich habe ganz viel zu geben über meinen Samen hinaus, weil Samen ist einfach überall vorhanden. Ja, ganz genau. Es ist einfach, dass Frauen enthalten, wenn man jetzt in einer Finanzwelt wäre, würde man sagen, sie enthält das wertigere Asset. Sie hat einfach sozusagen, das, was sie zu bieten hat auf dem Markt, ist deutlich mehr bedeutend als das von einem Mann. Deswegen müssen ja Männer auch, ja, nicht nur irgendwie cool und sexy und so weiter rüberkommen, sondern auf der Sicherheitsebene oder auf vielen anderen Ebenen Qualitäten mitbringen, dass eine Frau sagt, ja, den lasse ich ran. Wenn ich jetzt, ne, und das ist natürlich klar, Drohungeneinflüsse und es gibt immer besondere Momente und so weiter. Das ist natürlich ein etwas komplexeres Modell. Aber so ganz grundsätzlich ist es halt so, und was auch ein wichtiger Aspekt in dem Kontext ist, warum wir Männer so viel an Sex denken, warum wir die sexuellen Wesen sind, wir haben halt nicht diesen Zyklus, wie ihn die Frau haben. Frauen haben tendenziell einen 4-Wochen-Zyklus, also einen 28-Tage-Zyklus, wo es eben eine Woche gibt, wo sie, hu, super fruchtbar sind und dann denken die auch deutlich mehr ans Sex. Deutlich mehr ans Sex. Da kenne ich einige Frauen, die da wirklich so, Jesus, ich sehe nur noch laufende Schwänze um mich drumherum. Also die wirklich so unterwegs sind, aber die restlichen 3 Wochen, also 2 Wochen davon sind sie so, ne. Und eine Woche davon sind sie wirklich, lass mich alle in Ruhe. Was haben wir Männer? Ich glaube, unser Testosteron-Zyklus ist im 2-Stunden-Takt oder so. Also wir haben so Testosteron-Peaks und Testosteron ist das, was sozusagen Lust auf Penetration macht. Das ist das. Bei einem guten Vorspiel, wenn du Frauen berührst, steigt ihr Testosteron-Anteil im Körper. Dann löst das sozusagen Lust auf Penetration aus. Deswegen ist das Vorspiel ein wichtiger Bestandteil, auf einer biologischen Ebene zumindest gesprochen, warum es die Penetrationsbereitschaft steigert. Deswegen werde ich immer so horny nach dem Kraftsport. Ich weiß nicht, ob das bei dir, ja, vielleicht. Bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn ich Kraftsport gemacht habe, dann ist sozusagen das Testosteron fließt. Ja. Und dann bin ich immer extrem horny danach, merke ich so. Ja, Testosteron ist auf jeden Fall ganz klar. Wenn du dir eine Testosteron-Spritze verabreißt, dann wirst du halt geiler. Und das, also, ne, darum ist das Thema sozusagen für uns so verdammt wichtig. Also die Evolution, die Biologie hat uns dazu verdrahtet. Wir müssen irgendwie unseren Samen in den, wie sagt man in der Biologie, bei Pflanzen, wir müssen quasi unseren Pollen irgendwie auf den Stempel kriegen. Also wir müssen halt unseren Samen bei Frauen reinkriegen. Das ist unser Auftrag. Jetzt mal wirklich ganz blöd biologisch gesprochen. Und wenn wir dann Sex nicht so geil finden würden, also wenn dahinter nicht ein emotionaler Trigger liegen würde, stell dir vor, wir hätten kein Hungergefühl, dann würde keiner was essen. Das ist genau dasselbe Prinzip. Ja, Hunger haben wir aber alle, weil wir brauchen das alle. Aber in dem Fall, beim Sex geht es halt darum, wir müssen halt die Aktiveren sein, weil Frauen haben das höhere Asset. Deswegen denken wir viel häufiger an Sex daran. Sex, also auch so sexuelle Zurückweisung und so weiter. Das ist ja ein wahnsinnig großer Motivator, mehr aus uns rauszuholen. Mein Gott, ich glaube, wie viele Typen strampeln sich da draußen ab in ihrer Businesswelt oder in der sportlichen Welt, weil ja, es geht natürlich darum, dass ich eine tolle Firma aufbaue und weil ich einen tollen Körper habe, damit ich gut. Und aber eigentlich, wenn du reingucken würdest, geht es nur darum, weil mich das attraktiver für Frauen macht, weil mich das attraktiver für Frauen macht. Es ist Wahnsinn, wenn man mal das ganze Verhalten, auch das Verhalten von Frauen, mal unter der Brille betrachtet, es ist eigentlich nur ein riesig großer Balztanz. Dann kann man ganz viele Phänomene erklären, wie wir miteinander umgehen und einfach geile Angelegenheiten. Und weil es auch wirklich, also wir Männer tendenziell degradieren Frauen zu Sexobjekten, ganz platt gesprochen. Wir sehen halt Frauen und finden sie halt sexy. Wir haben zumindest diesen Anteil. Ja, klar, das ist schon klar. Wir reden jetzt nicht von 0-1-Bedingungen, das ist halt graduell unterschiedlich. Und Frauen tendenziell sehen uns halt als Success-Objekte, also als Erfolgsobjekte. Wie erfolgreich ist dieser Mann, wie sichere Assets bringt er mit, wie gesundheitliche Quarker bringt er mit, etc. Ja, sozusagen, die gucken Mann an. Und ja, klar, ist auch schon so, die können schnell entscheiden, ob sie den per se attraktiv finden oder nicht. Und wenn sie den aber erstmal grundsätzlich interessant finden, wenn der dann noch Sachen mitbringt von wegen, ja, hier, ich hab vielleicht einen Doktortitel und das und das, steigert das einfach nochmal den Attraktivitätswert, weil sie sehen da drin den Erfolg. Und das ist halt so, wie wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020